Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Massive. Ja, wir sind jetzt hier im zweiten Teil der Web App Reihe, will ich mal sagen. Das heißt, wir gucken uns jetzt die nächsten Accounts an. Und ja, ich würde mal sagen, wir starten hier gleich durch. Wieder gleiches Prozedere, das Login mache ich auf einem anderen Monitor. Und ja, muss ja jetzt nicht jeder jede E-Mail, die ich hier so habe, wissen. Also geht's jetzt los. So, erstmal alles eingeben. Jetzt muss ich mal überlegen, wie waren denn so die Passwörter? Das ist immer so ein Ding. Ja doch, das müsste klappen. Mal schauen. Im ersten Pack Opening sozusagen. Joa, die Maria de Rossi schon mal gar nicht so schlecht. Geht aber definitiv besser. So, jetzt ziehe ich das mal wieder hier rein. Müsste mit dem Login geklappt haben. So, und hier kriegen wir kein Geschenk. Okay. Ah, ich glaube, heute Morgen war ich da schon drin. Deswegen ist jetzt hier kein Geschenk. Wir haben hier, was haben wir? Gold und Silber Set haben wir gleich. Aber erstmal schauen wir uns wieder den Verein an. Da habe ich Santana gezogen. Natürlich nicht den Innenverteidiger, sondern ein Argentinier. L.M., keine Ahnung. Hier ein von Valencia Innenverteidiger. Ein Grieche mit 74 Pace, 78 Def, 75 Kopfball. Und Lacassette ist jetzt ein Goldstürmer. 75, 86 Pace, 77 Dribbling, 69er Schuss. Joa, geht so, ne? Also, ist nicht schlecht. Für so ein Start-Anfangsteam ist das bestimmt kein schlechter Spieler. Weil Lacassette war als Silberspieler schon wirklich nicht schlecht. Was haben wir sonst noch hier? Können wir kurz durchschauen. Ja, sehe jetzt nichts. Oder hier vielleicht. Na, hm, joa. Geht so. Aber ist halt Bronze. Und Bronze ist meistens halt nicht ganz so beliebt. Gut, fangen wir hier mit dem Silberset an und schauen wir mal, was da rauskommt. Philips, habe ich schon gesehen, irgendwas. Ähm, ja, der ist Philips-Stürmer. Sieht nach Endpower Championship aus. Ja, das ist jetzt nicht unbedingt interessant. Da müssen wir eh auf das Goldpack hoffen. Gehen wir mal rein. Goldpack, öffnen. Mal schauen. Komm, jetzt hier mal ein richtiger Hammer. Ne, Zaccato oder sowas. Ja, Zaccato, Innenverteidiger. Aber jetzt auch nicht schlecht. Ich meine, 71 Pace, solide Def- und Kopfballwerte für den 75er. Das geht schon. Trikot sieht nicht schlecht aus hier von Levante. Ähm, drittes Trikot. Ach so, es gibt jetzt mehr Trikots anscheinend. Gibt nicht, ich meine, nur noch heim und auswärts. Ähm, dann noch ein Tempotrainer und ein Vertrag. Passt. Gut, das packen wir alles in den Verein. Und machen uns in den nächsten Account. Und, so, zum Traden und sowas werde ich denke ich mal am Ende noch was sagen, weil manche waren anscheinend schon der Meinung, dass ich hier ein paar Millionen ertradet habe. Aber ich habe noch gar nichts in der Web-App gemacht, weil ich mit den Accounts warten wollte, ja, bis ihr sozusagen mit dabei seid, mit ihr auch seht, was ich so ziehe, etc. Ich habe da wirklich noch überhaupt nichts gemacht. Hier ziehe ich das jetzt erstmal wieder rein. Und deswegen habe ich natürlich auch noch nichts ertradet. Ich habe auch noch keinen einzigen Spieler auf den Tauschstapel gestellt. Hier haben wir jetzt noch ein Bronze-Set. Das scheint auch das einzige zu sein auf diesem Account. Ach so, hier habe ich gestern 250 Münzen bekommen. Okay, äh, ne, Beobachtungsliste wollte ich jetzt nicht. Da wird eh nichts drauf sein. Hier habe ich als Startspieler bekommen. Elano, ZOM-Brasilianer, Melbeck-Innenverteidiger und Leandro als Stürmer. Carrea, Carreira oder sowas in die Richtung noch. Aber ansonsten ist auch hier, hier ist noch Lee Jong-Ho, 80er-Pace-Mittelstürmer. Ja, aber ansonsten jetzt auch nichts Besonderes. Jetzt müssen wir da schon, ja, ich weiß jetzt nicht, was hier drin sein sollte. Hier ist dort Fornenkovic. Auch nichts Besonderes. Aber in so einem Bronze-Pack kann man ja auch mal einen Silberspieler ziehen. Deswegen hoffen wir da einfach mal drauf, falls wir jetzt noch mehrere Accounts haben. Ähm, ja, jetzt geht es hier weiter. Nächster Account. Das wird jetzt diesmal, denke ich, aber auch ein bisschen schneller gehen, weil die großen Accounts, wo man auch diese Treuepacks und sowas alles dabei hat, da haben wir fast alle durch. Es kommt, glaube ich, nur ein oder zwei kommen noch. Aber ansonsten werden das jetzt eher so, ja, Silberpack, Mangoldpack, also nicht so die ganz großen Accounts sein. So, jetzt loggen wir uns in den dritten Account ein. Und da kommt er schon. Mal gucken. Ich muss dann auch mal gucken, wie ich die alle zusammenführe. Hier haben wir jetzt ein Silberset geschenkt bekommen. Haben wir hier zwei Silbersets gleich. Aber erstmal wieder die Spieler, die ich hier am Anfang bekommen habe. Da ist einmal Azarington, linkes Mittelfeld. Jetzt nicht mehr ganz so schnell, der Junge. Ginter, Innenverteidiger und Young, rechter Flügel, Milan, Serie A und Iori. Habe ich ja im letzten Video mit dem Rafa schon angesprochen, dieses Startpack ist untauschbar und auch abstoßen kann man nix. Das soll wahrscheinlich, ja, sonst könnte man als neue Accounts machen und einfach als alle abstoßen. Ich meine, das würde ja auf jeden Fall schon mal über 1000 Coins bringen. Immer sagen wir mal, hier mit den Goldspielern zusammen so 1200 Coins immer. Dann würde einer einfach am Tag 100 Accounts machen und hätte einfach mal 100.000 Coins, indem man einfach nur alles wieder abstößt. Deswegen geht das jetzt hier nicht mehr. Also hier kann man nichts abstoßen, beziehungsweise man kann schon abstoßen, kriegt aber nichts für. Allerdings bekommt man die Packs, die kann man natürlich wieder verkaufen. Welches ist ein... Ah, hier, das ist das kleinere, also machen wir erstmal das auf, das Promopack. Und da haben wir ein Smarason oder sowas. 79 Pays. Ja, sieht aber jetzt nicht unbedingt interessant aus. Das machen wir mal zur Seite. Und zum Shop. Und jetzt haben wir hier aber noch ein großes Silberpack. Schauen wir da auch mal rein. Überspringen hier. Dann haben wir Saborio, Stürmer. Ferreira, Innenverteidiger. Solli, Rechtsverteidiger. Van der Werf, Innenverteidiger. Verträge, Manager, Fitness. Dann hier noch eine Spielertrainingskarte. Und was haben wir hier noch? Ein Trikot. Okay, jetzt auch nicht so ganz der Hammer. Aber ich bin auch optimistisch, weil es kommen auf jeden Fall noch, ich glaube, Minimum 3, 4 Gold Packs. Also diese Allplayer Packs. Und, oh, ja, schon wieder ein Fail gemacht. Naja, werde ich wieder ausblenden. So, Trade kommt da hin. So, jetzt gehen wir in den vierten Account. Mal gucken, wie es da so aussieht. Also insgesamt haben wir 14 Accounts. Also danach noch 10 Stück. Ich denke, da kann noch was zu holen sein. So, jetzt wollte ich eigentlich das Ding hier rüberziehen. So, haben wir da. Dann gucken wir doch mal. So, hier kriegen wir 500 Coins. Und, ah, da haben wir gestern auch nur Coins bekommen. Das heißt, wir haben leider nichts zum Ziehen hier. Wir können natürlich hier ein Bronze-Set ziehen. Aber das ist jetzt, glaube ich, nicht so Sinn der Sache. Gucken wir hier nochmal, was für Spieler hier drin waren. Das war nämlich der Johnson. Rechtes Mittelfeld. Und Kuya T. Leider jetzt Gold und Non-Rare. Das heißt, der, ja, ein bisschen was wird er vielleicht am Anfang ab. Beziehungsweise, ich kann ja eh nicht verkaufen. Ich kann die ja gar nicht verkaufen. Habe ich ja ganz vergessen. Also im Prinzip bringt der mir gar nichts. Weil mit diesem Account hier spiele ich nicht. Und, ja, deswegen ist er halt einfach nur da. Äh, ansonsten gibt es was, wo man sich aufregen müsste. Anscheinend nicht. Nee. Können wir hier aus dem Account auch rausgehen. So. Und dann geht es schon direkt weiter in den nächsten. Machen wir mal. Ich muss mal gucken. Es gibt ja jetzt jeden Tag ein Geschenk. Ich weiß nicht, ob ich jetzt jeden Tag mich in alle Accounts einlogge und das aufnehme. Weil ich meine, meistens gibt es ja eh nur so ein Bronze-Pack. Mal gibt es Münzen und, ja, ob sich das dann so ganz lohnt. Vielleicht werde ich das morgen nochmal machen und mal gucken, was so bei rumkommt. Aber wenn ich sehe, ist es relativ sinnlos, dann lassen wir das. Müssen wir mal gucken. Hier gibt es zum Beispiel ein Geschenk-Silber-Set. Hier gab es anscheinend gestern auch Münzen. Jupp. Gucken wir mal, was hier so an Spielern da ist. Da habe ich Rafinha bekommen gehabt. De Guzman und Jose Carlos. Und Norton als LV. Sala, Stürmer. Mal gucken, was es hier sonst noch gibt. Aber ich glaube, da war auch nichts Interessantes. Hier noch Wurf. Bäh, keine Ahnung. Okay. Gibt es nicht Interessantes. Aber vielleicht gibt es jetzt hier was Schönes im Silber-Set. McCarthy. ZDM. Ja, nee. Das wird leider auch nichts bringen. Aber naja. Man kann nicht alles haben. Gehen wir hier aus dem Account auch raus. Und dann werden wir, nachdem wir jetzt hier alle Accounts durchhaben. Das geht ja jetzt hier ein bisschen flotter, will ich mal sagen. Weil, wie gesagt, das sind halt eher die kleinen Accounts hier. Wo jetzt nicht so tolle All-Player-Packs etc. dabei sind. Aber das ist ja kein Problem. Danach können wir uns nämlich dann vielleicht mal ein bisschen allgemein nochmal über die Web-App und das Traden unterhalten. Weil das interessiert natürlich auch einige. Dann haben wir dafür noch ein bisschen Zeit. Aber jetzt erstmal die Accounts durchgehen. Ich glaube, das ist jetzt Account 6. Hier kriegen wir 1000 Münzen. Und haben noch im Shop, was haben wir da? Ein Silber-Set. Dann geht es jetzt hier nochmal kurz in den Verein. Gucken wir uns nochmal kurz die drei Goldspieler an. Emanuelson, Willian, MS und Reed, Innenverteidiger. Premier League könnte ich mir gut vorstellen, dass man den am Anfang in ein paar Teams sehen wird. Weil er halt 73 Pace hat. 75 Verteidigung, 78 Kopfball. Jetzt keine schlechten Werte. Aber wir schauen uns jetzt das Silber-Set an. Überspringen wir hier mal. Einen Elton-Stürmer. Aber sehr wenig Pace. Auch nicht der Hammerschuss. 77 Kopfball natürlich ganz gut. Der ist wahrscheinlich ein relativ großer, der Junge. Und ab geht's in den nächsten Account. So. Ihr seht jetzt hier natürlich immer im Hintergrund übrigens das Forum. Also wundert euch nicht. Und ab geht er. Mal schauen. Ich bin schon gespannt. Also wenn ich die Spieler, die ich am Anfang so gezogen habe. Ich glaube es könnte ganz interessant sein. Entweder ein Bundesliga-Team am Anfang mal zu machen. Oder ein Brasilianer-Team. Aber ach, da sage ich am Ende was zu. Das will ich nämlich dann nochmal ein bisschen ausführlicher erklären. So. Haben wir jetzt hier auch offen. Da gibt es ein Geschenks-Set Silber. Da haben wir insgesamt zwei Sets. Oh. Einmal Gold haben wir jetzt auch mal wieder dabei. Auch mal ganz hübsch. An Spielern hatte ich da gezogen. Vossen. Alexis Innenverteidiger. Und Rodriguez. Rechtes Mittelfeld. Ansonsten wie gesagt. Hier wieder diese Standard-Bronze-Spieler. Da ist eigentlich meistens eh nichts dabei. Fangen wir mit dem Silber-Set an. Und da ist der Forrester. Linkes Mittelfeld. 75 Pace. Joa. Jetzt nichts Interessantes. Aber wir haben jetzt hier noch ein Gold-Pack. Und da werden wir jetzt natürlich was ziemlich Heftiges ziehen. Ja. Und zwar Benaglio. Jetzt nicht ganz der Hammer. Williams noch hier aus der Premier League. Und ein Diego Benaglio. Naja. Ist jetzt gar nicht mehr so schlecht. Das ist ein 80er-Overall. Sieht jetzt von Werten her auch gar nicht so schlecht aus. Also ich will mich jetzt nicht beklagen. Ansonsten. Hier erstmal alle zum Verein. Ansonsten haben wir hier nichts mehr. Deswegen wieder abmelden. Und ab in den nächsten. So. Wie viele Accounts haben wir denn noch? Geht nämlich wirklich relativ schnell. Jetzt sind wir beim achten. Wäre natürlich geil gewesen, wenn man jetzt in FIFA 15 dann, dann haben wir wirklich viele Accounts, die auch alt sind. Das heißt, da haben wir dann auf jedem Account solche Treuepacks, würde ich mal sagen. Das wird dann eine richtige Party, will ich mal sagen. Aber jetzt sind es natürlich viele Accounts, die seht ihr hier August 2013, die relativ neu sind. Und deswegen gibt es hier nicht so viel. Da ist jetzt aber, haben wir hier auch wieder ein Goldpack. Also ich will mich mal nicht beschweren. Spieler ganz kurz. Da haben wir Muntari als ZM von AC Milan. Andrioli, Innenverteidiger, 69 Pace und Leandro, schon wieder Stürmer. Der sieht eigentlich fast genauso aus, wie in FIFA 13. Packen wir erstmal hier das Bronzepack. Da haben wir 100 Coins und einen Gründler. Kenn ich jetzt nicht unbedingt. Die Münzen erstmal hier, Gratismünzen einsammeln. Und der Rest einfach zum Verein. Und dann schnappen wir uns hier noch das Goldpack. Mal gucken, was da so drin ist. Komm jetzt hier, push dich mal. Was ist, na ne, ist wieder scheiße. Petretti oder so. Petretti ZM, richtig lahm. Ne, ich glaube, das ist mal jetzt nicht so das Wahre. Naja. Alle zum Verein. Und dann können wir hier auch wieder rausgehen. Da geht es dann jetzt in den neunten Account. So. Passwort. Eingegeben. Habe ich im letzten Video schon erwähnt. Ich finde es ziemlich geil, dass man jetzt nicht immer wieder die Geheimfrage eingeben muss. Also bei mir war es jedenfalls so in FIFA 13. Wenn ich jetzt zum Beispiel in einem Account drinne war und dann in den anderen wollte, musste ich für den neuen wieder die Geheimfrage eingeben. Auch wenn ich da schon mal drinne war. Aber jetzt ist das anscheinend nicht mehr so. Jetzt kommt man immer direkt rein. Hier haben wir noch ein Silberset geschenkt bekommen. und haben dazu noch ein Goldpack. Sehr schön. Auch hier. Erstmal hier auch wieder auf Spieler. Schauen wir uns an, was wir da hatten. Papadopoulos, Innenverteidiger 75 Pace. Sei wett, rechtes oder sei weh, irgend sowas. Rechts Mittelfeld, 84 Pace. Und schon wieder Lacassette, Stürmer von Lyon. Jetzt gehen wir zu den Packs. Dann erstmal Silber hier öffnen. Und dann mal Prunes oder sowas. Ja, wird nichts bringen. Also da müssen wir uns nicht lange hier drüber uns das lange angucken. Aber jetzt hier kommen Goldpack, ey. Goldpack, da muss ja jetzt mal was kommen. Ne, es ist da Elm. Jupp. Und wer noch? Kuné. Oder Kun, irgend sowas in die Richtung. Torwart, aber leider südafrikanische Liga und sowas. Also das bringt alles nichts. Ne. Das können wir dann auch alles automatisch weghauen. Und dann melden wir uns hier wieder ab. Ja, bis jetzt hatten wir noch nicht unbedingt das Glück. Aber ich sag mal so, wir haben ja die Maria de Rossi gezogen. Das ist schon mal etwas. Also ich meine, es gibt ja auch welche, die haben einen Account oder so und haben gar nichts gezogen. So, nächster Account. Chup, chup. So. Das ist dann der zehnte und dann kommen noch vier. Also jetzt noch die letzten fünf Accounts. So, ziehen wir es rüber. Ist immer drinne. Und was kriegen wir? Komm, jetzt noch ein Goldpack und dann haben wir noch eins drinne. Ja, ein Goldset. Sehr schön. Ach, scheiße, jetzt haben wir aber da nur ein Bronzeset drin. Naja, ist ja egal. Hauptsache ein Goldset. Spieler. Ähm, Spieler. Mal hier gucken. Cabela habe ich hier gezogen. Alexis und Pabon, der Stürmer. So, dann machen wir erstmal hier das Bronzeteil auf hier. Mal schnell überspringen. Wird eh nichts drin sein. Oh, doppelt hier. Ähm, ist sogar aktiv. Okay. Dann haben wir hier rechts, Mittelfeld, Franks. Ja, erstmal alle automatisch zuweisen. Okay. Ich habe das doch doppelt gehabt. Ich dachte dann, hä? Ja, okay, anscheinend hat das trotzdem irgendwie in den Verein gemacht. Aber ich hatte es ja eigentlich doppelt. Naja. Ähm, dann machen wir uns jetzt hier das Goldpickchen auf. Und da kommt jetzt raus. Ach, Zwei oder sowas. Torwart, ja. Der Marcel Koller. Äh, Stockdale. Und noch ein Vertrag. Also leider auch nicht der Hammer. Weg. Abmelden. Äh, raus hier. So. Dann geht es jetzt ab in den elften Account. So. Fertig. Schauen wir mal, was wir da haben. Ich werde euch natürlich, falls ich nicht jeden Tag, äh, die Web, alle Accounts aufnehme. Ich, es wird ab jetzt eigentlich jeden Tag ein Video kommen. Allerdings, äh, falls ich nicht jeden Tag alle Accounts aufnehme, werde ich natürlich, falls irgendwo was super tolles drin ist, werde ich das natürlich irgendwie mit ins Video packen. So, Silberset hier. Hier haben wir zwei Silbersets, okay. Äh, da wollte ich nicht hin. Spieler wollen wir hin. Und da haben wir Biglia oder sowas. Sarate habe ich gezogen hier. Und Enrique. Und jetzt geht's ab in den Shop. Äh, das ist das Große. Das ist das Kleine. Also erstmal hier das Kleine. Überspringen. Da wäre Rinella oder sowas in die Richtung. Ja, nichts Interessantes. Ein Vertrag, eine Heilung und ein Trikot war es, glaube ich. Aber jetzt hier nochmal das Große. Da ist auf jeden Fall etwas Seltenes drin. Was wird man sehen? Okay, anscheinend kein Spieler. Scheiße. Äh, was haben wir denn hier? Giallo. Ah, der war Silber. In, ah, oder, ne, das ist ein anderer, oder? Obwohl der ist auch. Ah, ich glaube, da gibt's zwei. Ach, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ähm, so Trikots, Torwart, Harper. Ja, ansonsten nichts sehr Interessantes dabei. Kommt alles weg. Also nicht weg natürlich, alles in Verein. Ich werde das dann alles mal listen und mal gucken, was weg geht und was nicht weg geht. So, dann geht's jetzt in den Account Nummer 12. So. Na, komm, push dich. Ich habe richtig Bock auf FIFA 14. Also könnt ihr mir echt glauben, ich habe richtig Bock zu zocken. Äh, jetzt mach das mal hier groß, bitte. So. Ich habe richtig Bock mit dem, erstmal mit so einem schönen Anfangsteam, schönen FIFA 14 loszulegen in Ultimate Team. So, jetzt nehmen wir das Silberset natürlich an und da haben wir ein Bronze und ein Silberset. Okay. Hier nochmal ganz kurz die Vereinsspieler. Das ist Kiyotake. Was? Manfredini. Geiler Name. Und Moreno. Und dann schauen wir mal hier im Shop vorbei. Da hätten wir hier einmal das Bronze-Set. Überspringen wir mal. Da haben wir, wird im Bongo. Geiler Name, aber sieht jetzt nicht so hammer aus. Und dann noch ein Silberset. Leider auch ein kleines. Und da haben wir, was? Erasmus. Leider auch Südafrika. Also wird uns auch nicht sehr viel bringen. Alla automatisch zuweisen. Achso, genau. Und bei dem letzten Video habe ich auch noch Cyriac oder Cyriac, wie man ihn auch aussprechen mag, gezogen. Ist natürlich auch nicht so schlecht. Sieht eigentlich immer noch fast so aus wie in FIFA 13. Also von den Stats her. Nur ein bisschen langsamer geworden. Aber immer noch schnell genug. So, das ist jetzt hier. Ja, gut. Jetzt haben wir noch zwei Accounts. Erstmal jetzt hier der vorletzte. So, ist er drin. Na komm. Jetzt will das Fenster wieder nicht hier rüber. So, hier ist es. Dann schauen wir mal. Ich weiß nicht, ob wir... Ich kann mir das natürlich auch nicht alles merken. Also hier haben wir jetzt... Ah, haben wir ein Silber und ein Gold. Sehr schön. Und im letzten kommen dann noch Allplayer-Packs. Im letzten Account. Hier haben wir Jung, Del Piero und Macchiadi. Und hier noch einen Pricely. Ja, hier Del Piero eh der Heftigste. Mit 47 Pays. Nur noch ziemlich krass. Aber naja, was willst du machen? So, jetzt machen wir uns hier noch schnell an die Packs. Erstmal das schöne Silberset geöffnet. Da haben wir drinnen den Burner. Ja, nichts Besonderes. Und im Gold-Set. Mal schauen. Ja, komm bitte. Nee, wieder nix. Boah, ja, Kubina. Irgend so was in die Richtung. Sieht jetzt nicht so super aus. Aber naja. Jetzt kommt alles Gute im letzten Account. Erstmal hier erstmal alle automatisch zuweisen. Dann melden wir uns ab. Und dann geht's ab in den letzten Account. Wenn ich hier irgendwie die Scheiße rüberkriege. So. Und der letzte Account ist... Ich hab eigentlich noch andere. Aber irgendwie... Muss ich mal gucken, ob ich da noch irgendwie reinkomme. Weil das sind auch alte Accounts. Das heißt, da gibt's dann schöne Packs im Prinzip. Nur ich komm halt momentan nicht rein. Vielleicht hab ich da das ja irgendwie bis morgen geregelt. Wär ganz hübsch. So. Na komm. Pusche dich. So. Sind wir drinne. Und mal gucken. Ich weiß jetzt nicht genau, was hier in dem Account... Was wir da kriegen. Aber ich glaub, ein bisschen was kriegen wir auf jeden Fall. 500 Coins kriegen wir hier. Dann haben wir hier schon 1500 Coins. Und dann gibt es im Shop noch für uns... Ja. Drei Mein-Spieler-Sets. Also... Äh. Nur Spieler-Sets. Nicht Mein-Spieler. Emanuel, Sohn, Rojo und Al-Ka... Wat? Al-Ka-Tani. Haben wir hier gezogen. Antonini. Aber jetzt geht's ab ins Shop. Und jetzt geht's los. Ist überall nur Messi drauf. Deswegen, äh... Scheißegal. Welches wir nehmen. Okay, das sieht schon mal nicht gut aus. Obwohl, es kann natürlich ein glänzender Silberspieler dabei sein. Und ist auch dabei. The Beasley. Ist natürlich ein altes Biest. Das Problem liegt nur daran, dass er in der mexikanischen Liga spielt. Er hat immer noch so einen krassen Pace, der Junge. Oder ist er sogar gewechselt und spielt jetzt in einer noch beschisseneren Liga. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Hier haben wir Beasley. Ist jetzt auf jeden Fall nicht so schlecht. Also ein paar Coins sollte man für kriegen. Weil, äh... Halt Silber, Shiny und sehr schnell. Lacazette hier auch. Äh... Schauen wir uns hier nochmal die zwei Packs an. Öffnen. Ne, das überspringen wir mal nicht jetzt hier. Äh... Asu Eikotto. Okay. Hoffen wir mal wieder auf einen glänzenden Silber. Und da ist auch wieder ein glänzender Silber. Allerdings ein Innenverteidiger mit 34 Pace. Äh... Das ist jetzt nicht so der Hammer. Goretzka haben wir hier noch gezogen. Rosignor oder sowas. Ospina. Torhüter. Achso, Eikotto halt wie gesagt. Linksverteidiger. Ähm... Niyama. Und der Lugano. Ja, das Pack war jetzt nicht ganz so Hammer. Also da konnte auch der glänzende Silberspieler es nicht mehr rausreißen. Weil er halt schlecht ist. Und dann noch das letzte Nur-Spieler-Set. Und dann sind wir auch erstmal durch für heute mit den ganzen Sets. Also es waren ja schon ein paar dabei. Leider auch kein guter Spieler. Ne, und der glänzende ist ein Bronze-Innenverteidiger. Äh... Leider nicht so super. Das ist auch nichts. Hier haben wir noch Fernandinho von ManCity. Okay, der ist jetzt gar nicht mal so schlecht. 81er, leider non-rare. Aber der... Ja, ist auf jeden Fall nicht schlecht. Definitiv nicht. Tribier, Rechtsverteidiger, Innenverteidiger. 68 Pace. 58 Pace, 50 Pace, 71 Pace. Äh... Und Raul Garcia als ZOM. Joa, also jetzt hier mit Fernandinho ist jetzt gar nicht mal so schlecht. Aber jetzt auch nicht der Hammer natürlich. So, jetzt sind wir durch mit diesen ganzen Packs und was weiß ich. Äh, ja. Und wie ich das dann ordne, muss ich mal sehen. Das werdet ihr wahrscheinlich morgen im Video sehen. Jetzt nochmal was zum Traden. Ich werde mich heute wahrscheinlich mal ein bisschen damit auseinandersetzen. Also ich habe noch gar nichts gemacht. Also ich kann euch da jetzt auch gar nichts mitgeben. Mit auf die Reise, würde ich mal sagen. Ähm, ja. Ja, deswegen. Und jetzt wollte ich halt auf jeden Fall nochmal was zum Endteam. Äh, nicht zum Endteam. Zum Startteam sagen. Also, ich könnte jetzt natürlich irgendwie versuchen, bis zum Anfang, bis das Spiel wirklich draußen ist, bis man spielen kann, richtig heftig zu traden. Und dann, wir würden dann mit so einem tollen, äh, Shiny-Team starten. Aber ehrlich gesagt habe ich da gar nicht so Bock drauf. Ich hätte schon, also ich will auf jeden Fall natürlich mit einer 100 Chemie-Mannschaft starten. Aber ich würde das gerne auch mit so ein bisschen Non-Rare machen. Also hier schön, keine Ahnung, Bundesliga-Team, Brasilianer-Team, äh, wie man auch will. Also das weiß ich noch nicht ganz genau. Je nachdem, wie viele Coins wir haben. Also auch selbst, wenn wir 50.000 Coins hätten oder 100.000 Coins oder 200.000 Coins, was weiß ich. Dass wir halt erstmal mit einem kleinen Team starten und das dann so ein bisschen aufbauen. Und die Coins vielleicht eher so ein bisschen zum Traden nutzen. Da interessiert mich natürlich auch eure Meinung. Leider habe ich momentan nicht mega viel Zeit. Die Videos werden natürlich kommen. Aber ich habe halt zum Traden jetzt nicht so krass die Zeit momentan. Also es wird sich natürlich auch ändern. Äh, aber die Videos werden definitiv kommen. Das ist schon mal klar. Joa, jetzt würde mich natürlich eure Meinung interessieren. Ihr habt doch bestimmt auch nicht Bock, wenn wir gleich mit so einem, äh, Shiny-Team durchstarten, oder? Also erstmal vielleicht so ein schönes Non-Rare-Bundesliga-Team oder sonst irgendwas. Und damit dann so ein bisschen anfangen zu spielen. Ich meine, die Coins können wir dann halt besser natürlich vermehren. Wenn wir gleich alle Coins auf den Kopf hauen, dann können wir halt schlechter traden. Das sollte klar sein. Joa, ansonsten. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wie das jetzt so abläuft. Oder wenn ihr allgemein Fragen habt jetzt hier zu dem Spiel oder zur Web-App etc. Stellt sie natürlich gerne in den Kommentaren. Wir können jetzt hier nochmal eins machen. Äh, wie geht denn das hier? Verbrauchsobjekte vielleicht. Ja, Chemiestile. Das wollte ich mir nämlich gerne nochmal angucken. Habe ich selber noch nicht gemacht. Wir suchen jetzt einfach mal alle. Die gibt es dann nur in Gold. Okay, alles klar. Da gibt es dann Architekt, Künstler. Gibt es denn da auch Shiny? Oder gibt es hier nur Non-Rare? Ich frage mich auch, woher die Leute hier diese ganzen Chemiestile haben. Weil in den Packs sind die eigentlich nicht drinnen. Das sind wahrscheinlich irgendwelche, die von EA draufgesetzt worden sind. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, woher die kommen. Weil in den Packs sind ja keine drinnen. Deswegen, das ist, was ich ein bisschen komisch finde. Anscheinend gibt es keine Shiny, oder? Ich mache hier mal den Filter irgendwie auf 10.000. Oder, ja, 10.000 reicht. Vielleicht hat ja da irgendeiner einen tollen Shiny draufgestellt. Ne, anscheinend gibt es keine Shiny. Die sind anscheinend alle Non-Rare. Okay. Ansonsten hat sich ja nicht so viel geändert. Leider kann man in der Web-App nicht nach Namen suchen. Warum? Keine Ahnung. Aber ist anscheinend so. Positionswechsel. Ah, Positionswechsel. Da können wir nochmal reinschauen, ob es da irgendwelche neuen Wechsel gibt. Ist mir jetzt keiner bekannt. Aber wir können ja mal gucken. Zum RMF gab es. Zum MS gab es natürlich. Vielleicht finden wir mal auf die Stelle was. Auf die Schnelle, nicht auf die Stelle. Hier sowas natürlich. Zum ZM wird wahrscheinlich wie jedes Mal sauteuer sein. Also am Anfang so um die 10.000. Wenn man die natürlich günstig kriegt, kann man die natürlich einfach mal einsacken. Im Prinzip wären jetzt selbst diese 4.500, 5.000 sagen wir mal, wären günstig. Wenn man jetzt die Coins hat, könnte man natürlich auch die kaufen. Würde ich aber nicht empfehlen, weil man sie einfach günstiger bekommt. Es sieht einfach so aus. Die Leute haben momentan keine Coins. Die meisten. Es gibt natürlich irgendwelche, die schon viele Coins haben. Aber die meisten haben keine Coins. Das heißt, man sollte auch seine guten Spieler, die man zieht oder irgendwie bekommt, sollte man jetzt nicht wegballern. Das heißt, einer hat mir in Facebook geschrieben, er hat Neuer gezogen und hat versucht ihn zu verkaufen und hat ihn auch nicht für 60.000 losbekommen. Das ist auch klar, weil behaltet diese guten Spieler bis zum Start, bis alle das Game haben, alle schön Packs ziehen und alle dann Coins haben. Dann gehen eure Spieler auch weg. Für einen guten Preis. Deswegen immer schön behalten jetzt am Anfang erstmal die großen, so was, so Non-Rare und so was könnt ihr natürlich schön verkaufen, um euch schon mal, um so ein bisschen zu handeln. Aber die richtig dicken Spieler, die Maria zum Beispiel, werde ich auch noch nicht verkaufen, den werde ich schön behalten. Das ist jetzt zwar nicht so ein Hyperspieler wie so ein Neuer. Neuer ist natürlich Mehrwert, definitiv. Ich glaube, auch wenn er das gleiche Rating nur hat. Aber im Allgemeinen solltet ihr das halt behalten. Dann macht ihr danach mehr Gewinn. So, ich finde hier auf jeden Fall keine Position, wo sich irgendwas geändert haben sollte. Ansonsten gibt es ja hier auch nur die normalen Suchen. Mich interessiert jetzt nochmal kurz 1 Gold. Keine Position. Nation auch nicht. Aber Liga, Bundesliga und dann hier nochmal Borussia Dortmund. Ja, interessiert... Ja, scheiße. Interessiert jetzt vielleicht nicht so die meisten von euch. Aber mich würden mal schnell die Borussia Dortmund-Spieler interessieren. Ich weiß, konnte man auf Foothead schon gucken. Aber interessiert mich jetzt einfach mal. Okay, Schieber-Hofmann als RM, okay. So Bottic auf jeden Fall. Klänzend, Piszczek klänzend. Sehen beide sehr gut aus. Auch von Werten her. Piszczek hat meiner Meinung nach zwar ein bisschen mehr passend verdient, aber ist ein guter Wert. Kann man nichts sagen. Ja, Mkhitaryan ist okay mit dem Rating. Ich meine, in der Bundesliga konnte er sich ja noch nicht zeigen. Und deswegen klappt das so. Ist ja jetzt zwar nicht so Hammerwerte, aber werde ich natürlich spielen. Sokrates hat ziemlich starke Werte. Def und Kopfball sehr gut. Und natürlich auch noch 77 Pace. Was haben wir denn sonst noch so? Plaszikowski, der Kuba. Immer noch RM. Schein ZM ist, glaube ich, noch langsamer geworden. Schmelle immer noch Non-Rare. Schade. Das ist echt... Na gut, ich spiele ja eh nicht viel Viererkette, deswegen ist es nicht ganz so schlimm. Was haben wir denn noch so am Start? Hier der Matze Hummels. Ich weiß, dass er nicht Matze heißt übrigens. 65 Pace. Und Bender ist jetzt auch Shiny. Sehr schön. Lewandowski natürlich. Aubameyang. Oh, ist auch als Stürmer drin, ne? Das hat mich nämlich auch interessiert, weil sein letzter Impfform war ja rechtes Mittelfeld für Dortmund. Aber er ist hier als Stürmer gelistet. Boah, 95 Pace. Also das ist natürlich... Ne? Bam, bam. Ja, Sokrates, Bender, Aubameyang. Ja, das haben wir eigentlich die interessanten Spieler gesehen. Beziehungsweise für mich mal kurz. Und dann interessiert mich nochmal eins. Machen wir hier nochmal kurz zurücksetzen. Und machen wir mal hier Mindestpreis 500.000. Da sollten ja eigentlich immer relativ gute Spieler kommen. Sollte. Ja, denkst du dir? Kommt nur so grottige Scheiße hier. Äh, Qualität Gold. Ähm, ja, suchen wir mal so. Müssen wir halt mal die Non-Rares überspringen. Aber, hab ich keine Ahnung, warum die Leute hier die Spieler so da draufhauen. Hazard gibt's natürlich da eben. Sieht ganz ordentlich aus. Rakitic natürlich um Längen das nicht wert. Honda, Domitzi. Okay. Robben hat schon einer Robben gezogen. Rechtes Mittelfeld mal wieder. Sehr ordentliche Werte auf jeden Fall. Der Tschech sieht auch gut aus. Robben haben anscheinend mehrere gezogen. 600k ist hier schon einer. Eine Million. Ja, natürlich. Morgen vielleicht. Was haben wir sonst noch? Thiago Silva auch schon einer gezogen. Auch sehr perverse Werte natürlich wieder. Adler ordentliche Werte. Ibra. Oh, da ist er. 76 Pace. 89er Schuss. 79er Pass. 88 Dribbling. Immer noch 5-Sterne-Skill-Moves. Oh, ja. Es werden geile Teams werden in FIFA 14. Definitiv. Vor allem jetzt auch mit den neuen Aufstellungen. Also es wird schon ganz nice werden. Daniel Alves hier. Immer noch ein 84er. Halbe Mille steht da drauf. Was haben wir hier? Ja, Neymar ist natürlich auch schon drin. Für eine Million. Lamella. Rechter Flügel. 80 Pace. Petro. Rechter Flügel. Auf jeden Fall schon ganz interessante Spieler hier auf dem Markt. Beziehungsweise die sehen auch ganz gut mit den Werten aus. Iniesta jetzt als ZM. Sehr schön, weil LM war nicht so mein Ding. Aber ZM ist jetzt natürlich ziemlich geil. Spanische Liga jetzt allgemein durch Bale, weil er Mittelstürmer ist. Beziehungsweise man kann ihn natürlich dann auch als Stürmer nutzen. Richtig geil. Boah, dann hier Bale als Stürmer. Ronaldo linker Flügel. Rechter Flügel robben. Boah, Alter. Das wird so pervers. Ich freue mich echt schon auf die Endteams. Natürlich freue ich mich jetzt hier auf den Start. Aber, boah, das wird richtig pervers. So, was haben wir hier noch? Sergio Ramos gucken wir uns nochmal an. Auch natürlich immer noch ziemlich krass. Aber ansonsten sind wir jetzt hier mal so ein bisschen durchgegangen. Ich habe ein bisschen was gesagt. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie natürlich. Das wäre es erstmal für mich gewesen. Nächsten Videos kommen denke ich mal morgen. Vielleicht mache ich auch noch mal Demo-Gameplay. Keine Ahnung, weil ich kann ja nicht irgendwie drei Web-App-Videos am Tag bringen. Keine Ahnung, ich muss noch mal gucken. Ansonsten wäre es das von mir gewesen. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Schreibt was in die Kommentare. Schaut mal im Forum vorbei. Forum wie das letzte Mal. Da ist es. Let'splaymassive.de Slash Forum Schaut einfach vorbei. Könnt ein bisschen hier rum machen. Ist immer was los. Auch in der Shoutbox natürlich. Joa. Ich würde mal sagen, das wäre es von mir gewesen. Und bis zum nächsten Mal bei Let'splaymassive. Ciao.